Ähm, als einfach nur klettern. Also ich muss die Spiegel jetzt nicht wirklich selber komplett alle verstellen. Sondern... Ich muss einfach nur hochklettern. Ja, ja, ja. Sondern ich muss einfach nur hochklettern. Kann ich das jetzt auch verstellen? Was mache ich mit dem Spiegel jetzt? Ist mir noch nicht ganz klar. Ich klette jetzt mal einfach an der... ...zweiten Klinge nach oben. Wenn ich hochkomme. Okay. Nur noch eine Klinge. Ja, ja, nur noch eine. Das sagst du so einfach. Hopp. Geschafft. Weiter. Nein, nein. Nach rechts. So. Hoch. Ja, sehr gut. Nicht nach unten. Nicht nach unten. Nicht nach unten. Das war so klar. Das war so klar. Wie kriege ich dieses Auge auf? Kann ich da drauf schießen? Achso, halt. Hier. Ja, tatsächlich. Oh Gott im Himmel. Okay. Da ist das Nächste, was ich brauche. Wir müssen den anderen Reflektor ausrichten. Alles klar. Ja, richtig mal. Ach, das macht sie. Gut, wir haben's. Die zwei oberen. Geschafft. So. Aber im Prinzip sind doch jetzt alle drei... Ach nee, noch nicht ganz. Dann lassen wir den nun mal komplett runter, wa? Ja, der ist zwar kaputt, aber... Naja. Die ist voll krass, ey. Die Statue lässt sich ertolchen und öffnet dadurch ihren Mund. Makaber, aber wirkungsvoll. Beeindruckend. Geradezu. Also, das Geheimnis von Shambhala ist tatsächlich im Hals dieses Typen? Ich denke schon. Ja, da denkst du wahrscheinlich richtig. Ach, guck mal hier. Da stöpfen wir auch nochmal den durch rein. Unglaublich. Das ist tatsächlich beeindruckend. Chloe, ich weiß, wo das ist. Ja, genau hier. Siehst du die Formen dieses Gipfels? Aha. Ist hier. Das heißt... Warte, komm mal her. Das heißt... Der Eingang nach Shambhala ist genau hier. Also, das ist es. Das ist es. Ja. Das ist es. Und ihr seht mal wieder. Egal wo ich bin... Na gut, da waren sie jetzt zumindest nicht rum. Nur da. Es gibt nur einen Weg hier raus. Und los. Hopp. So. Ja. Nur ein Ausweg. Nein, nein. Halt. Probleme mit dem nach hinten springen. Ah, Hilfe. Psch, 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 psch. Ich glaube, noch hat mich keiner gesehen von denen. Wir sneaken uns jetzt mal gerade. Okay, das war saublöd. Shit. Hilfe. Na, komm. Oh, fuck. Kein Problem. Zack. Oh, Gott. Hilfe. Aua. BTF. Hallo. Au. So, wo ist... Da ist noch einer. Na, komm. Stirb. Ich schieße einfach weiter. Ja. So. So. Sehr schön. Oh, da ist noch irgendwo einer. Eisenfaust. Eisenfaust. Huh. Gut, das war jetzt mehr auf gut Glück. Ich wusste gar nicht, dass da einer steht. Gibt's hier wenigstens... Ah, hier. Nein. Nein, nein, nein. Genau das wollte ich haben. Ist zwar nur für die Pistole. Aber besser wie nix. Äh, ja, wir müssen zurück zum Eingang. Ich hoffe, Jeff und Elena... ...haben ein wenig auf sich aufgepasst. Was? Au, 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 au. Mir schießt jemand in den Hintern. Hey, von wo denn? Ah. Ah, gut. Alter. Ich kann... ...irgendwo... ...fuck you. Alter. Ah. Komm schon. Ich kann mit dem... ...ah, nein. Nicht das. Wo ist denn die Granate jetzt? Und wo ist mein... Da. Ich kann irgendwo... Ah, hier kann ich schultern. Und hier kann ich zielen. So, Chloe, du schießt einfach mal. Haben wir alle? Ich glaube, ja. Sonst brauche ich meine AK wieder. Oder nehme ich doch die Fall? Schön. Nö. Ich bin mehr so der AK-Freund. So, hier... Geh mal nicht... Oder hätte ich da... ...uhh... Gott im Himmel. Alter. Hör auf, mich zu erschrecken, Mann. Was? Alter. Komm... Alter. Komm schon. Ah! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich brauche erst mal Müssen wir erst mal gucken hier nach Munition. Weil ich jetzt dann doch lieber die Fall mal nehme. AK gibt, glaube ich, nicht mehr so lange so viel her. Okay. Da kommt gleich eh wieder jemand um die Ecke. Seht ihr? Ach, das war... Das gebe ich zu, das war blöd. Boah! Okay, das war auch saublöd. Ach, fuck. Ja, meine Deckung war jetzt nicht die beste. Ah, ich gehe lieber mal hier. Entdeckung. Das ist echt lächerlich. Geh, pass auf, wir machen das Folgendes. Folgendermaßen. Ach, scheiße! Ach, Gott sei Dank. Die Typen sind echt beschissen. Jetzt habe ich noch sieben... Schuss... Ah, nein! Autsch! So, komm schon. So. Ach, Gott. Die... Schusswechsel sind... Ich will keine fucking Pumpgun, ey! Aber ich nehme mal die Mikro mit. Ich habe jetzt gerade ernsthaft eine... Scheiß... Granate... ...verschwendet. Okay, ich weiß, da kommt einer. Äh... ...der hat nicht auf mich geschossen. Auf meine Granate wieder. Oh, Mann! Ja. Ah! Bastard Na, komm Jetzt habe ich wieder keine Munition Ach, das ist doch scheiße Dann nehmen wir die wieder mit Der hätte auch einen Micro gehabt Ah, AK Nein, nein, nein Okay, ich schieße doch lieber mit Ganz kurz, sorry So Weiter geht's Fuck Shit, 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 shit Oh